Kapitel 1 Übung A2 Personen und Tätigkeiten Beantworten Sie die Fragen in Stichworten. Hören Sie die folgenden Texte zweimal. Ich heiße Markus Brauer. Ich bin Schriftsteller und lebe in Berlin. Mein Tag beginnt nicht so früh wie bei anderen Menschen. Ich stehe um 11 Uhr auf, frühstücke und setze mich dann an den Computer. Ich arbeite zurzeit an einem Roman, genauer gesagt einem Geschichtsroman. Der Roman spielt im Mittelalter in der Stadt Köln. Wenn ich gute Ideen habe, schreibe ich drei bis vier Seiten, manchmal schreibe ich auch gar nichts. Gegen 16 Uhr gehe ich regelmäßig ins Café am Alexanderplatz und esse dort etwas. Danach laufe ich zur Universitätsbibliothek und recherchiere. Die Bibliothek ist bis 21 Uhr geöffnet. Abends treffe ich mich mit Freunden und wir trinken etwas zusammen. Wenn mich der Rotwein inspiriert, schreibe ich danach noch ein bisschen. Wenn nicht, sehe ich fern. Gegen zwei Uhr nachts gehe ich ins Bett. Ich bin Carla Fröhlich. Ich bin Studentin. Ich studiere Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Ich stehe jeden Tag um 9 Uhr auf. Vormittags besuche ich die Vorlesungen und Seminare an der Universität. Nachmittags sitze ich meistens in der Bibliothek. Dort treffe ich oft Markus. Er interessiert sich für die gleichen Bücher wie ich. Ich schreibe im Moment an meiner Diplomarbeit. Ich hoffe, dass ich im August damit fertig bin. Abends arbeite ich zweimal pro Woche in einem Restaurant als Kellnerin. Ich brauche das Geld zum Leben. Mittwochs gehe ich mit Markus und ein paar anderen Freunden ins Jazzcafé. Dort gibt es Live-Musik. Bis zum nächsten Mal.